Hallo und Moinsen zu Teil 3 von 3 hier am Start im Dreiteiler heute. Ganz klar Geschichte, Teil 2 natürlich hoffentlich schon gesehen, sonst gerne noch tun. Das war Zwischenfazit, Dernspielpause und ein bisschen Mischmasch an VfB News. Jetzt hier Teil 3, letzter Teil, geht es um Gerüchte zu Gerasi und Anton, Ticketverkäufen und die Topspielwochen. Man muss ja fast so sagen, aber wie soll es ja auch anders sein. Es gibt Berichte zu Gerasi, gab ein Interview nach dem Spiel, ich glaube ESPN war es, gegen den BVB. Die Aussage nach dem Motto, man weiß nicht, was im Januar passiert. Klar, klingt nicht positiv, aber auch nicht dramatisch. Das ist einfach so ein Klassiker, würde ich jetzt gar nicht viel mehr reininterpretieren wollen. Auch genug Berichte, dass er bis Sommer bleiben will, die ja auch schon ein bisschen älter sind. AC Mailand und Inter Mailand sollen interessiert sein, im Winter direkt schon. Premier League auch wie immer genannt, da jetzt auch hier mal Newcastle gesehen gehabt. Ja, natürlich keine kleinen Klubs so. Alles Champions League, das ist natürlich schon alles sehr interessant. Aber ich berufe mich noch auf die Gerüchte oder hoffe noch auf die Gerüchte und auch auf die positiven Aussagen von Hoeneß und so weiter. Wie gesagt, auch sein Standing in der Mannschaft, die ganzen Geschichten, die ich auch schon angesprochen habe. Dass ich zumindest nicht glaube, dass er schon im Winter die Fliege gemacht, im Winter schon geht. Dazu noch der Afrika Cup, die ganzen Geschichten. Den Kicker bringen jetzt zum ersten Mal auch so ein bisschen möglichen Ersatz, sag ich mal, ins Spiel. Die Rede ist von Fotis Ioannidis, Ioannidis würde ich mal tippen, von Panathinaikos Athen aus Griechenland. 33 Jahre alt, 10 Spiele, 3 Tore, 2 Assists in der Liga. Der Marktwert 3,5 Millionen auf Frankfurts Interesse, haben die es ja noch akuter, sag ich mal, auf der Suche nach Stürmern im Winter. Griechischer Journalist auf Twitter hat irgendwas von 14 Millionen rausposaunt, die sie haben wollen oder die im Gespräch sind, wie auch immer. Weiß ich ja nicht, ne? Dreieinhalb Millionen Marktwert, keine krassen Stats jetzt, sag ich mal, in der griechischen Liga oder für die griechische Liga, ohne das jetzt unterbewerten zu wollen. Deswegen 14 Millionen klingt schon sehr, sehr happig so. Ist mir auch alles noch zu weit weg. immerhin da, ne? Ist mal Kicker und sowas und nicht irgendeine Twitter-Quelle. Also schon ein bisschen mehr dabei. Deswegen auch wichtig, vielleicht den Namen schon mal auf dem Zettel zu haben, falls er die nächsten Wochen nochmal ein bisschen genauer auftaucht. Und Gerasi, habe ich ja auch angesprochen, war ja auf der nominierten Liste für Afrikas Fußball des Jahres. Es waren wohl 30 Stück. Aus der Bundesliga war auch sonst noch Tabsuba und Benzabaini dabei, von denen ist leider keiner in die Endauswahl von der Top 10 geschafft. Sehr, sehr schade auf jeden Fall, aber trotzdem schon mal eine geile Aktion, als er da genannt wurde. Afrikas Fußball des Jahres ist schon mal ein Ding, auch da in die Top 30 zu kommen. Schon mal ein sehr, sehr cooles Ding. Und in Sachen, ne? Thema Transfers natürlich im Kopf zu behalten. Ausstiegsklauseln, Winter, Sommer, aber sonst auch noch Vertrag und Marktwert 40 Millionen. Und auch zu unserem Dauerbrenner gibt es jetzt einfach Gerüchte. Kapitän Waldemar Anton ist Torhüter ausgenommen, weil es ist vielleicht ein bisschen unfair, ne? Torhüter spielen halt immer durch eigentlich. Und wenn du Stammkeeper bist, dann hast du halt keine Minute verpasst. Aber in der Statistik in Sachen, wer hat noch keine Minute verpasst oder die wenigsten Minuten verpasst in der Bundesliga-Saison? Aus allen Bundesliga-Spielern ist Anton, wie sagt Torhüter ausgenommen, einer von nur sechs Spielern, die bisher null Minuten verpasst haben die Saison. Bayer Leverkusen soll sich mit ihm beschäftigen. Thema Transfer, ähm, auch eben einer der paar Spieler, glaube ich, Führig und sowas und Milliot, glaube ich, auch, ähm, haben alle nur Vertrag bis zur 25. Und da ist ja auch ganz klar, Anton, wie auch die anderen, ähm, wenn es denn da stimmt, ich habe es einfach nur nochmal im Kopf gehabt, ähm, absolute Kategorie Verlängerungspflicht, ne? Verlängerungspflicht heißt natürlich auch nicht, wenn du die jetzt verlängerst bis, was weiß ich, 27, dass die alle bis 27 da sind, ne? Aber einfach allein von der Ausgangslage, Thema Endo, ne? Nur Vertrag bis Sommer gewesen, auf einmal war er weg dann noch. Ähm, wenn du noch ein bisschen Kohle bekommen hast, jetzt eben noch für, für, mit ein Jahr Restvertrag, ähm, deswegen, ich glaube, du willst nicht in Sommer reinlaufen zu 24, dass die alle nur noch ein Jahr Restvertrag haben, da geht ein bisschen die Transfersumme runter, ähm, ja, schwierige Ausgangslage einfach, deswegen ganz klare Verlängerungspflicht bei denen, die nur Verträge haben bis, ähm, schlimmsten Fall 24 oder 25, eben allein auch schon aus Transfer- und finanziellen Gründen, ähm, 27 ist er, 7 Millionen Marktwert, elementarer Stammspiel bei uns und Leverkusen war wohl auch schon im Sommer an ihm interessiert, weiß nicht, wie nah das war, ist ja nichts passiert zum Glück, aber, äh, hab der Kicker auch berichtet, dass die auch im Sommer schon dran waren, klar, Leverkusen ist aktuell noch stärker in der Liga, aktuell auf Platz 1, ähm, ähm, aber ich hab da jetzt für Winter keine Angst, so muss ich ganz ehrlich sagen, hab's Gerücht gelesen, hab's Gerücht hingenommen, dachte mir, nö, passiert nicht, so, weil, klar, das vom Kicker Leverkusen ist vielleicht nochmal ein Ding, Bild bringt auch noch Wolfsburg mit rein, da ist ja noch weniger, ist ja gerade aktuell sogar noch unter uns, ne, klar, vielleicht finanziell über uns gehalten, so Geschichten, ähm, aber wenn ich von dem ausgehe, ganz simpel gesagt, wüsste ich nicht, warum gerade Anton jetzt mitten im Winter, in so einer Saison als Kapitän, wo es so läuft, ja, zu Leverkusen wechseln soll, klar, krass, krass, wie die gerade spielen, gerade auf Meisterkurse, das schaffen ist die andere, andere Geschichte, Javi Lonzo, geiler Trainer, aber warum mitten im Winter dann zu so einem Verein, der jetzt auch vom Grund auf einfach nicht so eine, ja, so eine Strahlkraft hat, nicht so ein Feeling hat wie der VfB, würde ich einfach mal so sagen, aber auch natürlich aus naiver Fansicht, Wolfsburg, wie gesagt, noch weniger, das ist ja noch weniger, was das angeht da, plus die sind auch tabellarisch gerade, unter uns, deswegen sehe ich gerade weniger Gefahr bei, bei Thema Anton für Winter auf jeden Fall nicht, aber ganz wichtig, was da vor allem da, da rauskommt, muss echt auf diese Verlängerungen aufpassen. Auch die Ticketverkäufe sind ja fast ein Dauerthema, ist ja einfach so, hat natürlich logischerweise mit Euphorie zu tun und dann eben dadurch auch die Warteschlangen haben beide zusammen keine Bremse aktuell, so. Verkürzen war Siverkusen in Sachen Heimspiele, dazu jetzt auch noch aktuell Augsburg, BVB-Pokal kommt noch, da ist aktuell noch die Phase, was ich auch schon getan habe, logischerweise, zum Kauf für die Dauerkarteninhaber von ihren Dauerkartenplätzen aus der Bundesliga. Der Verkauf, Mitgliederverkauf wird auch nochmal happig, 23.11. habe ich mir hier aufgeschrieben dazu, das in Sachen Heim, auswärts war aktuell das Spiel in München, im Verkauf und alles natürlich wild, alles Riesenzahlen, über 45.000 in den Warteschlangen oder Warteschlangen-Nummern, einfach mal so formuliert, gegen Leverkusen, das steht, glaube ich, noch gar nicht offiziell ausverkauft drin, aber ist, glaube ich, ausverkauft, jedes Mal, wenn du draufklickst. Für München über 40.000 für ein Sonntagabendspiel in München, auch ausverkauft natürlich, bin da auch dabei, Glück gehabt mit einer von meinen auch vielen Warteschlangen, man muss ja irgendwie helfen, dass irgendwie an Karten kommt, seine Chancen erhöhst. Jetzt auch mein drittes Mal in Folge dann in München, letzte zwei Jahre, zwei Saisons, waren es ja dann jeweils ein 2 zu 2, mal gucken, ob es diesmal ähnlich erfolgreich wird, müsste dann in München dann mein insgesamt, müsste dann mein sechstes Mal werden, ich war noch zweimal vor dieser, nee, mein fünftes Mal, genau, mein fünftes Mal, so rum, zweimal davor, dann jetzt dreimal am Stück, mein fünftes Mal, ich glaube, nur Augsburg auswärts und Frankfurt auswärts kommen da in die Richtung von der Menge, wie oft die da schon auswärts dabei war, Thema Augsburg hat man jetzt auch, ja, auch noch den Verkauf, der läuft auch aktuell noch, gibt es ja noch ein paar Karten, aber auch der läuft brutal gut, dafür, dass es halt ein Mittwochabendspiel, ist auch nichts gegen Augsburg, aber ein Mittwochabendspiel gegen Augsburg ist, ne, so ganz doof gesagt, kurz vor Weihnachten 2030, auch da habe ich jetzt auf Twitter gesehen, über 35.000 Warteschlangen-Nummern da gewesen und das passiert halt bei einer geilen Saison, bei geilem Fußball, bei geiler Stimmung, bei geiler Kulisse und so weiter und so fort, dazu natürlich auch nicht außen vor zu lassen, wir sind ja jetzt auch in Sachen Zuwachs echt ordentlich dabei, in Sachen Mitglieder insgesamt, über 85.000 Mitglieder sind es jetzt halt mittlerweile, ne, da kommen auch immer mehr dazu in die Verkäufe mit rein und da muss ich auch dazu sagen, natürlich auch sehr, sehr fies für viele, auch sehr hart für viele, die ja dann einfach nicht an Karten kommen, durch sowas, durch die Menge eben, auch schon noch angesprochen, einerseits geil, dass es immer ausverkauft ist, andererseits natürlich schade, weil vielleicht, ja, jahrelang die Stadiongänger oder so, die eben vielleicht keine Dauerkarte haben oder so, aber eben trotzdem sich sehr, sehr auf ihre Karten holen, dann ja doch öfter mal leer ausgehen, das ist keine Ahnung, du kannst auch unseren Verkauf mit der Warteschlange und sowas auch nicht allzu viel irgendwie fairer gestalten oder so, da habe ich zumindest keine Lösung für, da nochmal auch ein dickes Danke oder ein Riesending, einfach die Dauerkarte so, ganz klare Geschichte, brutal, brutal wichtig, auch für die Preise, müssen wir auch mal ansprechen, Thema auch Pokalsche gegen Dortmund, weil dadurch auch die Preise bekannt schon, obwohl es noch keinen Verkauf gab, aber eben die Dauerkarteninhaber schon verlängern konnten, weil das ist auch echt ein Thema, da musst du auch aufpassen, auch als VfB aufpassen, dass du da nicht vielleicht irgendwie, ja, übertreibst, nicht abdriftest irgendwann. In meinem Bereich, Sitzplatzkurve ist ja genau der gleiche Bereich, wie auch Sitzplatz und der Türkammerkurve, also einfach der billigste Bereich im Stadion, außer halt der Stehplätze, die ja eh quasi immer ausverkauft sind, also quasi der billigste Bereich im Stadion, in dem du irgendwie an Karten kommst, ne. Da zahle ich im Schnitt auf die 17 Spiele, sind es dann circa 1970 oder sowas, 20 Euro pro Spiel für diese Dauerkarte pro Spiel für die 17 Spiele runtergerechnet. Absoluter Traum. Dann natürlich, zu Karten zahlst du einzeln dann einen Pokal, gehört da nicht mit rein, aber das ist eben das Vorkaufrecht, da ist auch kein Dauerkartenrabatt drauf, sag ich mal, gegen Union waren es 30 Euro, komplett fair mit, alles in Ordnung. Gegen Dortmund sind es einfach schon 38 Euro. Heißt nochmal, ne, billigste Kategorie, 38 Euro gegen Dortmund im Pokal, Achtelfinale und, wie gesagt, diese 20 Euro, sag ich mal, pro Spiel in meiner Dauerkarte sind damit eigentlich fast verdoppelt für dieses Pokalspiel. Das ist schon happig, klar ist der BVB, wird ausverkauft sein, da werden alle, keine Ahnung, ihre Nieren verkaufen gefühlt, um ins Spiel reinzukommen, so als Hardcore-VfB-Fans. Aber trotzdem ist das schon ein Preis, der sehr, sehr happig ist. Selbst gegen Augsburg sind es da in dem Bereich, wo ich sitze, wie gesagt, das billigste Sitzplatzbereich, sind es da auch schon immer 35 Euro, so statt eben in 20. Also, wie gesagt, Thema Dauerkarte nochmal, Wahnsinn, so, boah, also jedes Spiel aufs Neue sind das circa 15 Euro im Schnitt quasi gespart. Das ist schon der Wahnsinn. Und, ne, Thema Preise, weil es hier jetzt so krass ist, boah, 38 Euro gegen Dortmund. Und auswärts ist das halt schon längst normal geworden. Klar gibt es auch Stehplätze für ihre 17, 18 Euro, da kommt es aber eh in den meisten Fällen nicht wirklich ran, außer halt Fanclubs und sowas, ne, oder halt Fanszene, ne. Aber auch da Sitzer in Frankfurt, Sitzplätze in Frankfurt, wo ich dabei bin, sind, glaube ich, auch 37 Euro gewesen. Sitzplatz in München, also der Oberrang, gibt auch noch einen Mittlerrang, der normalerweise 10 Euro teurer ist, aber auch der Sitzbereich oben im Oberrang in München sind es auch 42 Euro. Da ist schon Normalität geworden, ne. Aber da, da ist schon hart, Fußball muss bezahlbar bleiben und da muss man vielleicht echt ein bisschen aufpassen, auch gerade vielleicht in der Euphorie, wo man vielleicht ein bisschen mehr Asche machen kann, als vielleicht jetzt in einer schlechten Phase. Und das habe ich auch schon mal angesprochen, aber zum Schluss nochmal, weil es mir auch so wichtig ist und weil ich aber diese Vorfälle da habe, Bock, Bock, Bock. Hoeneß hat es angesprochen, dieser Block hat es in sich und natürlich meint er die nächsten Spiele, der Block an Spiele, das ist richtig. Dazu aber auch das Zitat von ihm, wir freuen uns auf schöne Spiele, das nehme ich auch. Wie gesagt, Thema Topspielwochen, das ist einfach geil, das habe ich auch vom Dortmund-Spiel gesagt, dafür ist man Fußballfan, dafür ist man auch Fußballspieler und so weiter, Akteur in der Sportart, wie auch immer. Frankfurt auswärts, 18.30 Uhr, bin dabei. Das wird ein Brett, von der Ansitzung her, von meinen Fans her, Fans sehen her und so weiter. Und Frankfurt ist ja auch ordentlich dabei, gerade wird kein einfaches Auswärtsspiel. Bremen danach auch Topspielansetzung zu Hause, wird auch geil, auch ausverkauft. Dann knallt es richtig durch. Dortmund unter der Woche zu Hause, Pokal, Wahnsinn, natürlich auch dabei, Heimspiel sowieso immer dabei, ist ja auch ganz klar. Liga Leverkusen auch wieder Heimspiel, ist halt auch das quasi schon ausverkauft. Auch das wird ein Brett gegen Leverkusen, Topspiel des Todes. Danach auswärts Bayern, auch da das Glück gehabt, jetzt auch wieder dabei zu sein. Auch das ist so ein bisschen halbe Topspielansetzung, wie wir fast sagen, dieses Sonntag, 19.30 Ding, auch für die, die keine haben oder auch keinen Dessau haben und sowas. Das läuft ja auch sogar bei Zeit 1 im Free-TV. Auch da dabei, dann kommt noch Augsburg dahinter, mal als, in Anführungszeichen, das ruhigste Spiel, sage ich mal. Aber Augsburg macht ja aktuell auch keine schlechte Figur. Unter neuen Trainerspielen, das ist echt ordentlich ein Fußball, ordentliche Ergebnisse. Wird auch nicht einfach. Das letzte Spiel vor der Winterpause, dann Mittwoch abends, auch das wird sehr schnell ausverkauft sein. Auch da wieder ohne freien Verkauf wahrscheinlich. Brutal immer dabei, die nächsten Spiele bis Jahresende, immer dabei bei jedem Spiel. Englische Wochen auch so, ist es dann nochmal. Ich habe brutal, brutal Bock auf diese Phase. Es wird eine brutal geile Phase. Ein absoluter Traum, auch in Anführungszeichen, oder was heißt in Anführungszeichen, ist ja einfach so, vor allem mit dem Verkauf gerade auch. Klar, Dauerkart ist ein anderes Thema, wo es vor der Saison schon, aber gerade auch die Auswärtsspiele, auch absolutes Privileg, überall dabei zu sein, bis jetzt Winterpause in diesen absoluten Topspielwochen. Einfach nur Bock da drauf, Mann. Das war es von dem Dreiteiler hier. Viel zu besprechen gewesen. Auch natürlich vielen Dank an jeden, der sich das bis zum Ende durchgeschaut hat, die Dreiteile durchgeklickt hat. Vielen Dank dafür. Immer natürlich auch gerne auch zu dem Teil hier, Gerasi, Ant- und Ticketverkäufe, Topspiele. Gerne auch, Thema Ticketverkäufe, Topspiele, vor allem auch gerne euren Hype nochmal in die Kommentare rein, aber natürlich auch sonst alles zu den Themen, die ich hier angesprochen habe. Like, Abo, sage jetzt zum dritten Mal, aber auch immer wie immer ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. B 현. B� L -B-B-N-M-B-N-G-U-H-E-R-S-T-Y-V-E-R-S-T-Y-R. B-N-M-B-N-M-A-S-T-H-T-Y-R. B-N-M-N-M-B-N-M-B-N-M-E-R-S-T-Y-R.